hallo lieben zu einem ganz spontanen video ich sitze ja oder ich bin gerade nach hause gekommen und es ist draußen dunkel und ich habe jetzt einfach meine schreibtischlampe genommen und meine kamera geschnappt und dachte mir ich drehe jetzt spontan ein video auch wenn das setting einfach absolut katastrophal jetzt ist aber ich habe so 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 bock meine rache des sub endlich anzufangen denn wir haben jetzt januar und das bedeutet ich habe seit letzten jahr januar jeden monat ein neuzugänge video hochgeladen und das bedeutet wir werden uns jetzt die videos anschauen bzw jetzt für januar meine neun zugänge vom januar letzten jahr und schauen was habe ich davon schon gelesen und was liegt immer noch auf meinem sub oder ist schon irgendwas ausgezogen und weil ich jetzt so bock auf dieses video hatte und ich wirklich eigentlich in dieser woche überhaupt keine zeit habe anständig videos zu drehen dachte ich mich setze mich jetzt spontan hier hin ihr müsst ihr jetzt durch mein bücherregal ist absolut katastrophal so wie es aussieht deswegen ja verzeiht mir das bitte und ja ich habe jetzt einfach hier hingesetzt habe jetzt gerade meinen laptop hier und werde jetzt erstmal das neuzugänge video vom januar letztes jahr raus gucken und ich freue mich wahnsinnig darauf das zu machen irgendwie könnte ich das jahre nie zuvor machen weil ich nie ein monat neuzugänge video gedreht habe und jetzt freue ich mich so wahnsinnig darauf obwohl ich weiß was mich erwartet also ich glaube tatsächlich in den ersten monaten ging es noch und dann ab mitte des jahres bin ich glaube ich eskaliert was meine neuzugänge anging deswegen bin ich echt gespannt was mich erwartet ich werde mir jetzt nicht ein bestimmtes ziel setzen die bis irgendwann gelesen haben zu müssen oder sonst was weil ich einfach weiß dass ich das nicht tun werde wenn ich mir jetzt ein ziel setzte von mindestens zwei drei monaten oder so ich werde sie mir aber in meinen subwagen legen und hoffen dass ich sie dieses jahr lesen werde also ich möchte immer ein zeitraum von diesem jahr setzen und wenn ich wieder nächstes jahr immer noch habe dann werde ich sie aussortieren so ist mein plan so ich werde euch das video hier einblenden und nachher die bücher raussuchen ich will jetzt nicht immer aufstehen oder mal schauen dies machen werde und ja wir legen jetzt los mit meinen bücherneuzugängen vom januar 2022 ich bin echt gespannt was mich erwartet oder ob es noch ganz gut läuft das video geht auf jeden fall nur neun minuten das heißt es können nicht so viele gewesen sein und wir legen jetzt los ich skippe gleich mal bis zu dem punkt wo ich das erste buch zeige und zwar handelt es sich um diesen manga hier birds of Shangri-La von Ranmaru Saria so wir fangen an mit dem ersten buch und zwar ist es ein manga und zwar birds of Shangri-La das ist glaube ich auch ab 18 das war so ein erotischer manga und den habe ich gelesen also kann ich schon mal einen haken setzen übrigens weiß ich auch nicht ob ich machen dass ich mir jetzt irgendwie überlegen soll wie viel ich gelesen habe ich weiß nicht weil ich kann es absolut nicht mehr einschätzen was ich letztes jahr gekauft habe deswegen werden wir das einfach lassen und wir schauen uns einfach die videos an also das erste buch ist ein manga den habe ich schon gelesen tatsächlich und auch schon den zweiten band den habe ich auch schon gelesen da kam irgendwann im laufe des letzten jahres dann auch mit raus und da warte ich jetzt tatsächlich auf den dritten band machen wir weiter mit zwei kinder büchern und zwar sind im januar diese zwei bücher hier erschien und bei mir eingezogen und zwar disney descendant school of secrets einmal die jagd nach dem schatz und einmal die schattenkarten okay es läuft bis jetzt ganz gut wenn ich das alles sehe die nächsten zwei bücher sind von disney descendant school of secrets einmal die jagd nach dem schatz und die schattenkarten das ist band 1 und 2 der disney descendants reihe und die habe ich tatsächlich auch schon gelesen die habe ich auch gleich relativ nahe oder zeitnah gelesen als sie bei mir eingezogen sind weil ich sie einfach so toll fand ich habe den ersten gelesen und wollte dann unbedingt gleich den nächsten lesen deswegen die habe ich tatsächlich auch schon gelesen also ist auch schon ein haken dran auch bei mir eingezogen ist worauf ich mich auch schon sehr sehr freue zu lesen ist dieses buch hier von ava corrigan fate the wings saga blooms bestimmung dann machen wir weiter und zwar mit fate von ava corrigan fate the wings saga blooms bestimmung das ist der erste band der reihe zur ersten staffel quasi und ja den habe ich auch schon gelesen tatsächlich wow ich bin voll stolz auf mich das habe ich auch gelesen das ist wie gesagt zu der serie der jetzt leider abgesetzt worden wow wir hassen es alle ich weiß und da kam auch schon der zweite band raus den habe ich auch schon gelesen ich bin hinterher ich bin stolz auf mich und jetzt gucken wir mal weiter was die nächsten bücher sind dann ist bei mir eingezogen das neue buch von stefanie hasse und zwar bad influence reden ist silber posten ist gold das sieht soja aus wir kommen zu dem nächsten buch und zwar von stefanie hasse bad influence reden ist silber posten ist gold das war ihr neuer ravensburger jugend thriller und auch den habe ich schon gelesen wow auch den habe ich gelesen ich liebe ihre jugend thriller vom ravensburger verlag obwohl ich den tatsächlich am schwächsten fand und nicht so krass begeistert war aber ich habe ihn gelesen das ist die hauptsache und jetzt im neuen jahr kommt auch wieder neue bücher von ihr von ravensburger vom ravensburger verlag dann ist dieses buch bei mir eingezogen worauf ich mich auch schon sehr sehr freue und zwar von jennifer lynn barnes the inheritance games wir kommen zu dem nächsten buch und zwar von jennifer lynn barnes the inheritance games band 1 habe ich auch schon gelesen tatsächlich okay also bis jetzt muss ich wirklich sagen habe ich tatsächlich auch das gelesen was im januar eingezogen ist wow da habe ich schon tatsächlich die komplette reihe gelesen also das wird jetzt im laufe des jahres noch öfters vorkommen und ich habe die reihe geliebt fand ich mega gut also die kann ich absolut empfehlen und ja habe ich wie gesagt auch schon gelesen ich bin gespannt was noch kommt weil wir sind schon bei minute fünf ich lasse mich überraschen dann ist dieses buch hier bei mir eingezogen und zwar von juliana bagot memento die überlebenden oh okay jetzt geht es los oh habe ich das schon seit januar oh mein gott handelt es sich um das buch mit memento von juliana bagot die überlebenden da haben wir schon das erste buch das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen weil man könnte sich jetzt rausreden aber ich wollte halt eigentlich letztes jahr nicht so wirklich viele reihen anfangen ich habe ganz 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 viele bücher oder bände von oder den ersten band einer reihe und ich wollte ja das meine reihen weiterlesen bevor ich neue anfange könnte man jetzt als ausrede benutzen aber ja also das habe ich noch nicht gelesen ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wo es steht ich werde es nachher mal mit euch zusammen noch raussuchen aber ja da haben wir schon mal buch eins aber wäre eine reihe das heißt ich müsste dann halt auch wer dann wieder dazu gezwungen wenn es mir gefällt die weiteren bände zu kaufen was ich eigentlich dieses jahr nicht machen will ich möchte ja mein sub richtig richtig wirklich richtig weit runter kriegen denn ich habe einfach viel zu viel ich werde auch demnächst nochmal ausmisten aber für dieses jahr habe ich mir wirklich auch sub challenge und bokopoli vorgenommen damit ich mein sub endlich mal abarbeite ja mal schauen auf jeden fall zeige ich hole ich das buch nachher dann mal noch dann ist dieses buch hier eingezogen und zwar von laini laini taylor muse of nightmares oh okay dann haben wir von laini taylor muse of nightmares ist das auch schon im januar gekommen das heißt das ist nämlich ein doppelband denn die ersten zwei teile strange the dreamer waren dann schon noch vorher oh mein gott und das war jetzt glaube ich band 3 und 4 in einem band die sind tatsächlich ausgezogen ich habe mit dem ersten band strange the dreamer habe ich mal begonnen ich habe wirklich ich weiß nicht nicht viel gelesen die ersten 20 30 seiten und ich habe es überhaupt nicht verstanden was ich dann gelesen habe das war so krasses fantasy was ja eigentlich überhaupt nicht mein fall ist obwohl die geschichte an sich so so gut klang und ja ich bin aber da überhaupt nicht reingekommen deswegen sind die ausgezogen also wir haben hier schon ein buch was ungelesen ausgezogen ist ja schauen wir weiter und zwar mit diesem buch hier das ist auch im januar bei mir eingezogen von talita rebusias bekenntnisse eines unsichtbaren mädchen okay das nächste buch ist bekenntnisse eines unsichtbaren mädchens von dabita keine ahnung den namen kann ich nicht lesen aber auch das habe ich tatsächlich gelesen denn da gibt es einen netflix film dazu und den wollte ich unbedingt gucken und deswegen habe ich erst das buch gelesen und jetzt fällt mir einfach auf ich habe den film immer noch nicht geschaut obwohl ich das buch einfach im januar schon gelesen habe oder im februar wow okay also es ist jetzt ein jahr her dass ich den film gucken wollte habe ich immer noch nicht geschaut alles klar aber das buch habe ich auf jeden fall gelesen ich habe auch den zweiten teil mittlerweile da und mochte ich ganz gerne war eine niedliche geschichte ich glaube ich ahne was was jetzt gerade kommt ich habe gerade in der vorschau was gesehen ich wollte gerade weiter skippen und ich sehe was und es macht mir jetzt gerade sorge oh nein als letzte neu zugänge sind dann bei mir diese zwei bücher eingezogen wow wieso ist das schon ein jahr her mir kommt das überhaupt nicht so lange vor und zwar haben wir dangerous secrets das war eine neue reihe von disney und zwar einmal aduna und igna die wahre geschichte das sind die eltern von anna und elsa und dann noch das endlose buch warte mal die habe ich hier hinten bell und das endlose buch ich habe die da hinten stehen und das sind eben nochmal so zusatzgeschichten zu den disney filmen und tatsächlich habe ich es noch nicht gelesen ich weiß gar nicht warum ich habe da so Bock vor allem habe ich die weiterführende reihe halt auch schon da aber gut dann werde ich mir die jetzt endlich mal vornehmen denn ich habe schon so lange vor disney bücher zu lesen und ich habe es immer noch nicht gemacht deswegen werde ich mir die jetzt mal vornehmen das waren die letzten zwei bücher also wie gesagt es hielt sich in dem monat noch in grenzen ich weiß nicht wie viele es jetzt insgesamt waren aber ich habe jetzt wie gesagt die zwei die an die komme ich ran die kann ich mich holen also habe ich jetzt diese beiden die ich auf jeden fall noch lesen möchte ich hoffe ich habe vielleicht habe ich ja bei buccopoli mal das Feld mit disney buch gezogen dann könnte ich mir das mal vornehmen weil ich weiß auch dass dieses jahr noch ein weiterer band der reihe erscheint ich habe jetzt schon vier insgesamt davon von der dangerous secrets reihe und ich habe noch keins davon gelesen okay aber dann wandern die jetzt mal in meinen wagen und dann war es jetzt noch memento da muss ich mal kurz gucken wo das ist so nachdem ich jetzt mein halbes regal auseinander nehmen musste damit ich an dieses buch komme denn ich habe das alles mal geordnet nach wie viel bänden die reihen haben und ich glaube ich habe das dazu geordnet zur trilogie also müssen es drei bände sein und ja hier geht es irgendwie ich blende euch einfach mal oh man das ist schon echt dreckig den text ein das irgendwie ein bisschen schwierig zusammenzufassen aber dann könnt ihr mal kurz stoppen und lesen worum es geht ich werde mir das nachher mal nochmal in ruhe durchlesen und ich weiß nicht ob ich wirklich immer noch lust habe das buch zu lesen aber es kommt jetzt erstmal mit auf meinen stapel das bedeutet ich habe jetzt für die rache des sub im januar drei bücher aber ich hoffe natürlich dass ich die bücher dann jetzt endlich lesen werde denn es wird zeit nach einem jahr könnten die bücher echt mal gelesen werden und ich bin selber teilweise dann schon wieder schockiert dass diese disney bücher schon wieder ein jahr hier liegen okay aber gut ich gebe mein bestes wie gesagt ich freue mich wahnsinnig 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 diese rache des sub zu machen also noch bin ich ja total motiviert weil es ja noch nicht so viele bücher sind aber wie gesagt ich weiß was noch auf mich zukommt deswegen bin ich gespannt aber ich freue mich jetzt wahnsinnig das zu machen denn so bin ich vielleicht mehr motiviert meinen sub abzubauen und ja dann hoffe ich euch hat das video gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich zu einem nächsten video wieder und bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne zeit und sagt tschüss unter anderem